Freilich hätte ich schon ab dem Anrecht. Doch Kinder, tut mir die letzte Joggen. Das ist am Ende der Saison. Gassenau. Hallo, grüß dich. Hallo, ich bin die Irene. Wir freuen uns auf einen super Skitout. Wer bist du? Rudi. Rudi, wie es passt. Servus, grüß dich. Wir sind heute in Fieberbrunn, beziehungsweise im Skizirkus Saalbach-Hinterklemm, Leogang-Fieberbrunn. Ich habe die große Ehre, dass der nette Herr bei Licht ins Dunkel einen Skitag mit mir ersteigert hat. Wir haben schon sehr viel Spaß auf der Piste gehabt. Jetzt fahren wir noch ein paar Runden, dann gehen wir Mittagessen. Super Tag in dem Fall. Fahren wir noch eine Runde, oder? Ja. Auf und Lässe im Skitag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Investition. Dankeschön. Ich habe mich bemüht, ein guter Guide zu sein. Und ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Danke. Wir auch, danke. Dann gehen wir so, oder? Auf geht's. Ladies first. Dankeschön.